Da draußen ist nichts. Hello? Es gibt Dinge, die sind größer als wir. Warum gefällt es Mama nicht auf der Erde? Wie kommt es denn darauf? Es gibt aber auch Dinge, die sind sehr viel kleiner als wir. Und die brauchen dich. Hatten Sie Kontakt mit Ihrer Frau vor dem Abflug? Kamen Sie Ihnen irgendwie komisch vor? Ich liebe dich. Ich hab mit Mama gesprochen. Paula? Sie hat da oben was gefunden. Es war die immer gleiche Botschaft. Es kommt etwas zu uns. Aber du musst wissen. Ich weiß. Hallo? 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 Das war's! Du bist so. Deine Praxis Du bist so. Du bist so schnell. Untertitelung des ZDF, 2020